Moin, willkommen in Hamburg an der U-Bahn Wandsbek-Gartenstadt. Am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. August 2023, wurden zwei Brücken über die Lesserstraße ausgebaut, auf denen die Züge der Linie U1 fahren. Wir sehen hier zuerst den Aushub der nördlichen Brücke, also für die Züge von Volksdorf statt einwärts, am Freitag. Der Film ist der Kost. Sie müssen sie wiederholen, vom Tauwanen, den Hauptstadt, werde ich jetzt weiterholen. Möchtung, das liegt etwas lang... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die alte Brücke ist ausgebaut, die neue liegt schon bereit. Die Bauarbeiten sollen insgesamt bis Anfang Dezember dauern. Während dieser Zeit fährt auf der U1 ein Pendelzug zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Wandsbek-Markt. Die Züge von und nach Volksdorf werden über Wandsbek-Gartenstadt nach Barmbek und zurückgeführt. Hier werden Langzüge mit acht bzw. neun Bargen eingesetzt. So sollen die Einschränkungen Richtung Wandsbek-Markt möglichst gut ausgeglichen werden. Die Züge von Wandsbek-Markt An diesem Wochenende war die Strecke zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen wegen der Kranarbeiten gesperrt. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Am Morgen des Sonnabends wurde die südliche Brücke für die Züge nach Volksdorf ausgebaut. Hier wird sie für den Abtransport verladen. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alle Fahrzeuge auf dieser Seite stehen bereit, um zu einem späteren Zeitpunkt abzufahren. Anschließend beginnt auf der Nordseite der Einbau der neuen Brücke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nachdem noch Anpassungsarbeiten ausgeführt wurden, liegt die Brücke abends an ihrem Platz. Mit diesen Bildern sage ich tschüß und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020